Hallihallo und Willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm. Wir haben das letzte Mal ein Spiel gemacht, das jetzt immer noch nicht in unserer Spieleüberblick ist und beziehungsweise hier ist... Was ist hier los? Hier ist rein gar nichts mehr und wir sind Level 99 oder so, aber ist okay. So, dann würde ich mal sagen... Aber Sonja wurde gelevelt. Wir haben doch mit Sonja das letzte Mal gespielt. Ich glaube, ich glaube, Neuta war davor oder nach Sonja. Sie hat immerhin einen Erfahrungsbalken bekommen. Oder, ne, die sind alle wieder Level 1. Der stimmt irgendwas nicht, aber egal. Wir haben hier noch eine Quest, die ich auch nicht angucken kann. Das ist aber auf jeden Fall mit einem Assasin spielen. Deswegen spielen wir einfach nochmal Chayna. Die Fernkampf-Assasinen-Magierin. Und dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert hier, ne, wenn hier so alles gerade in den Bach runter geht. Also der Shop scheint zumindest noch zu funktionieren. Himmlische Valar-Skins. Gucken wir mal die Skins an. Vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Serratul, der hohe Templer. Oder was? Serratul ist kein hoher Templer. Das ist irgendwie falsch. Okay, das funktioniert schon mal, ein Spiel zu finden mit Sonja, mit Rayna, mit Lily, mit Valar zusammen. Wir sind natürlich Chayna. Und wir spielen im Verfluchten Tal. Das ist die Map, bei der wir Tribute sammeln müssen. Wenn wir drei Tribute haben, werden unsere Gegner verflucht. Und wenn unsere Gegner verflucht sind, greifen ihre Force nicht mehr an. Und ihre Diener haben nur einen Lebenspunkt. Genau, das war die Map. Und, naja, mal gucken, was unser Team so kann. Vielleicht gewinnen wir ja mal wieder. Vielleicht verlieren wir mal wieder. Wer weiß, wer weiß. So. Wir sind mal gegen der Ladewagen schneller als normalerweise, glaube ich. So, dann machen wir erstmal hier Frostblitzreichweite erstmal. Ich gehe einfach mal in die Mitte. Beziehungsweise, ich gehe einfach mal nach unten. Und hol mir den Aussichtspunkt. Warum habe ich so einen komischen... Achso. Ich dachte schon, warum ich so ein komisches Ding da über dem Kopf habe. Aber das ist, wenn ich Leertaste drücke und die Kamera mir folgt quasi. Gut. Dann gehen wir mal dahin. Drei, zwei, eins. Lass den Kampf beginnen. Lauf doch zu jetzt, du... Eule. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das Ding hier einzunehmen. Aber man kann ja mal mitreiten. Und hinter mir ist einer gewesen. Dann gehen wir doch mal da hoch hier. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was abstauben. Okay. Den kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nee, beide nicht mehr. Schade. Vielleicht, wenn Rainer ein bisschen eher gekommen wäre. Okay, der hat getroffen. Na gut, dann borden wir mal zurück hier. Borden wir mal zurück, würde ich sagen. Mein Held hat den Kampf verlassen. Mein Held hat den Kampf verlassen. Der Gegner, Rainer, hat den Kampf verlassen, ne? Gut, dann gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Bevor der Tank hier alles, äh, zerbröselt. So, die können oben ruhig ein bisschen Party machen. Dann gehe ich nach unten, beziehungsweise holen wir mal den Posten hier wieder. So, der Gegner, Rainer, ist wieder da. Okay. Hört sich gut an. So, den Tanks sollte ich ja eigentlich relativ easy kriegen, wenn ich hier mein Ding reinhaue. Ja, da kommt der Gegner, Rainer, an. Schade eigentlich. Naja, so ist das halt. Naja, soll halt im Gebüsch vergammeln, ist mir sowas von Latte. So, was ist das denn? Irgendwelche Minen, okay. Naja, gut. Jetzt ist er wieder in seinem Tank-Modus drin, ne? Dann schieße ich hier mal so ein Ding da, ah, da oben ist der Rainer, okay. Nee, lass mich in Ruhe. Ein Talent, ähm, wir nehmen wieder den Radius, würde ich sagen. Ach, fick dich, Rainer. Okay, dann hätte ich es fast gekriegt, wenn Rainer nicht gewesen wäre und mich da weggeschossen hätte, aber naja. So ist das, so ein stationärer Tank kann halt, äh, dem tut's halt ziemlich bitter weh eigentlich, wenn wir da einen schönen Blizzard reinhauen. So, Regenerationskugel nehmen wir natürlich mal mit. So, jetzt haben wir hier Rainer. Naja, gut. Vielleicht ein bisschen unhitten schon mal, wobei der sich halt eh wieder heilen kann, was mir ziemlich hart auf die Eier geht eigentlich. So, die machen da oben Party, da geh ich doch, glaub ich, auch mal da hoch. Dann lassen wir Rainer mal da unten alleine ein bisschen Spaß haben. Ich glaub, da müssen wir echt oben helfen gehen. Vor allem, weil mein Tank jetzt halt auch da oben ist. Aber vielleicht kriegen wir den ja. Vielleicht, wenn wir hier lang gehen. Ah, shit, da sind Minen. Oh, shit, oh, shit. Das war unklug. Dann gehen wir doch mal hier zum, ah, okay. Wir können uns natürlich auch heilen lassen. So, jetzt kriegen wir den Tank aber. Sehr schön. So, wir nehmen... Er wird den Schadensbonus, glaub ich. Gut, erstmal wieder an den Brunnen. Ähm, er wird den von Einfrierung, ja. Den nehmen wir. Mehr Schaden ist immer so gut. Und den benutze ich eh eigentlich kaum, weil der nicht ganz so viel Reichweite hat. So, können wir hier schon mal wieder Schaden machen. So, komm ruhig raus. Wenn ich so glücklich rauskomme. Na ja, gut, dann gehen wir halt auf den Plummen hier los. Oder auch nicht. So, komm weg da. Shit, 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 shit. Näää, das ist unklug. Aber sie ist noch weggekommen. Und das ist doch schon mal etwas. Jetzt ist der Tank auch noch hier unten. Das ist natürlich mega ätzend. Das haben die hier eingerissen. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, jetzt sind die Minen halt wieder da am Start, ne. Ich brauch unbedingt mehr Schaden. So, Brunnen hat noch halbe Minute Abklingzeit. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen jetzt. So, Tribut hoffentlich holt der Rainer sich denn. Hoffentlich denkt er mit hier. Die Gegner haben schon zwei Tribute. Das könnte uncool sein. Und sind auch ein bisschen im Vorteil. Was lebenspunktemäßig so hier angeht. So, ja komm, den Turm kriegen wir noch. So. Unser Team wurde verflucht. Das ist natürlich uncool. Das heißt, unsere Diener haben weniger Lebenspunkte. Das ist extrem uncool. So, gehen wir doch mal in die Mitte runter, würde ich sagen. Und pass mal auf, dass er hier nicht alles einreißt, der Drecksack. Wenn ihr meint. Ah, shit. Habe ich gedacht, da läuft er nach da weg. War wohl nix. So, der läuft da rum. Okay. Das heißt, der greift da unten an. Das ist auch uncool. Dann gehen wir halt mal nach unten, würde ich sagen. Und dürfen dort ein bisschen. Da ist ja auch gut Party los. Na, die greifen ja nicht mehr an, das ist mies. Mega mies. So, wir haben ein Ring des Frostes oder ein Wasserelementar. Ich nehme einfach mal den Wasserelementar. So, lag gerade ein bisschen, warum auch immer. So, ich bin nicht mehr auf den Wasserelementar gespannt. Mal gucken, was der so kann. So, der Fluch ist aufgehoben, das gefällt mir natürlich. So, dann gehe ich mal in der Mitte helfen. Ja, das war uncool. So, mal gucken, ob wir die kriegen jetzt. So, sehr schön. Das war sehr schön. Oh mein Gott. Rainer, was machst du denn? Ich sag mir nicht, der hat den Tank da nicht gesehen. So, gut. Da läuft Rainer rum. Na, läuft gerade nicht so gut für uns. Wieso habe ich Rainer erwischt? Das ist schon mal sehr schön. Naja, den Blizzard lasse ich jetzt erstmal mal. Wobei... Ja, scheiße. Einfach mal ein bisschen auf den Tank hier draufhauen. Okay, gegen die Minen kann ich schon mal nix machen. Schade eigentlich. Äh... Nee, nein, 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 lass mich bloß in... Shit. Okay, darin ist was, das ist halt mies. Hätte ich vielleicht auch nehmen sollen. Hm, aber ich wollte auch mal das Wasser damit er ausprobieren sollen, dann geht er weg. Ja, das ist halt bitter jetzt schon wieder. Ja, wenn es... Das ist Lilly jetzt nicht noch draufgegangen. Aber da haben wir ja in meinem letzten Spiel gemerkt, dass man das natürlich das ganze Spiel auch nochmal drehen kann, ne? Von dem her ist noch alles offen, wenn ich denn wieder kommen sollte. Ich gehe auf jeden Fall von Anfang an schon mal gut ab hier. So, ich stehe hier unten jetzt erst mal, würde ich sagen. Oder ich versuch's zumindest auch, weil ich da eh nicht viel machen kann. Ich wollte die einfach zu hart einreißen hier unten. Ja, nee, da kann ich nichts machen. Na, jetzt kommt der mit seiner Ulti schon wieder an hier. Das ist natürlich mega ätzend. Ein Talent nehme ich natürlich. Hört ihr einen Satz? Ja, ich könnte doch den Eisblock nehmen. Komm, ich nehme den Eisblock jetzt einfach mal. Den kann ich auf eins machen. Der könnte mir eventuell besser das Leben retten, als die verbesserte Reichweite meines... meines Blizzards. Zumindest hat das bei der... Chana im letzten Spiel gegen die... Oder doch, dürfte das letzte Spiel gewesen sein. Da waren wir, glaube ich, Sonja. Und da hat es nämlich auch ganz gut geklappt. Von dem her, warum sollte das bei mir nicht klappen? So, wo sind die Gegner denn jetzt schon wieder hin? So, da unten laufen sie. Ja, jetzt kommt da unten der Boss an. Sehr schön. Schön, die Chana weggesnackt. Gut, dann gehen wir mal nach... Ah, da unten läuft die Ding. So, dann holen wir uns den Rainer mal da unten. Ah, das sind drei... Ah, da ist das nur ein Ding. So, der ist schon mal weg. Dann kriegen wir die auch noch, hoffe ich. Dann lass mich bloß in Ruhe. So, sehr schön. So muss das laufen. Das muss ich aber nach der Weite da oben kümmern. Der ist schon kaputt. Die haben das schon erledigt. Gut, da haben wir schon mal zwei Kills geholt hier. Einmal Sonja, einer Rainer. Bringt aber auch nichts, wenn unser Rainer hier doofes Dinge tut. Na, wobei, den Tank hat er scheinbar fast gekriegt. So, gut, dann gehen wir doch halt auch mal in die Mitte. Hier ist ja schon alles verwüstet worden. Leider Gottes. So, wir nehmen hier mal ein Blister rein, dass ich ein bisschen pushen. So, Tribut erscheint. Den kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht hier. Zumindest vermute ich nicht, dass ich den kriege. Aber dann kannst du ja mal probieren. Ah, die Giftler sind da oben. Vielleicht kriege ich ihn. Vielleicht aber auch nicht. Das wird scheiße knapp. Ja, dann kommt doch mal her, hier. So, kriegen wir die noch? Ne, die kriegen wir nicht mehr. So, jetzt sind hier aber noch die Minen. Von dem Idioten da. Na, super. Ja, jetzt kommt die... Ah, super. Komm, haut mir halt alles in die Fresse. Wo ist mein Team eigentlich schon wieder alle tot oder was? Ja, das läuft gar nicht hier. Rainer ist schon fünfmal gestorben. Das ist echt ein Genie. Ein richtiges Genie. Irgendwie habe ich bisher keine gute Erfahrung mit Rainers gemacht. Und ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ob das an mir liegt oder ob das... An den Leuten liegt, die Rainer spielen. Ah, nehmen wir das. So, das ist schon mal weg da unten. Dann ist das hier auch schon mal weg. Alles ein bisschen uncool hier gerade. Aber ich würde sagen, das Spiel haben wir mal wieder verloren. Und zwar gnadenlos. So, da unten pushen sie halt jetzt auch ein. Mein Team gammelt da oben rum. Gehen wir halt auch mal nach unten. Ach, komm, lass mich doch nicht gehen. Ach, jetzt leck mich doch, Rainer. Ja, das war meine Festung. Ja, was willst du denn da machen, wenn die schon wieder hier direkt immer am Ding stehen? Ach, komm, leck mich doch jetzt. Fick dich doch einfach. Der mit seiner Mega-Kanone. Aber komischerweise, dass er wahrscheinlich erst im höheren Level, dass er hier seine Eberscheiße macht, wo es dann dauerhaft schießt. Die geht mir sowieso am meisten auf den Sack. Jo, gut, das war's. War ein ziemlich schnelles Spiel, würde ich mal vermuten. Aber was soll's, was soll's. So ist das halt. Jo, macht's kaputt. Ich glaub, wir haben noch nie so schnell verloren, kann das sein. Ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, wie lang die Aufnahme dann war. Aber es ist schon lächerlich schnell gewesen, glaub ich. Aber, naja, dann würde ich sagen, gut. Übersicht, Statistik, ich will keine Statistik. Übersicht gibt's nicht. Ganzes Spiel hängt grad ab, packt so ein bisschen. Aber ist okay, ist okay. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge von Heroes of the Storm wieder, würde ich sagen. Bis denn und tschüssi. Ach, da unten steht's ja, 14 Minuten, alles klar. Und tschüssi diesmal jetzt wirklich.